So, herzlich willkommen zur Pyroland-Bestellung zu Silvester. Ja, ein Paket nur, ist auch nicht viel, ich habe mir nicht viel bestellt, ist eher so eine Nachbestellung gewesen und wir machen uns einfach mal auf. Ziemlich gut verpackt, muss ich sagen. Na, egal. Jetzt haben wir nochmal Müll, Müll und da haben wir ein großes Set und zwar das Mega Festival von Diamond. Schöne Raketen, auch große Raketen, kleine Raketen, alles eigentlich mit dabei. Lässt sich ganz gut sehen. Ansonsten, die Van Helsing von Blackbox. Auch eine schöne kleine Batterie, habe ich noch eine hier zu Hause stehen, von den Resten. Dann haben wir den Feuertopf Buri, auch ein nettes Teil, habe ich mal zum Testen bestellt. Das ist nochmal von Pyroland extra, das ist wieder dieses Foto machen und Einkaufsgewinn so gesehen. Als extra gibt es wieder ein paar Wunderkerzen von Diamond diesmal. Letztes Mal waren es glaube ich Nipo. Hypnotica von Blackbox, Neuheit 2012, äh 13. Und die ganze haben wir zweimal. Ansonsten haben wir hier dann noch ein Knallteppich von Panda, 250 Schuss und einmal die Rattlesnake von Nico mit 1000 Schuss. So, das war so ein Feuerwerk und dann haben wir hier noch einen kleinen oder drei kleinen Mörser. Im Pyroland.